Horoskop für heute, Skorpion, 7. Oktober 2024. Entdecken Sie Ihre Zukunft mit meinem Tageshoroskop für Sie zu Liebe, Arbeit, Gesundheit, Geld und Kompatibilität mit anderen Zeichen. Der Tag bietet gute Energie für persönliche Energie und das Überwinden von Problembereichen, die Sie möglicherweise daran gehindert haben, sich authentisch auszudrücken. Das Erlernen wertvoller Fähigkeiten kann nicht nur reizvoll sein, sondern auch stärkend. Im weiteren Tagesverlauf kommt ein Merkur-Mars-Aspekt ins Spiel und kann irritierende Unstimmigkeiten ins Rampenlicht rücken. Interaktionen können nervös sein und Sie könnten zu dem Schluss kommen, dass der Umgang mit Menschen mit besonderer Sorgfalt und Sensibilität im Moment die beste Wahl ist. Trotzdem kann es eine impulsive Zeit für Entscheidungen und Kommunikation sein. Sie können ziemlich viel Druck verspüren, Schlussfolgerungen zu ziehen oder den nächsten Schritt zu tun. Andere sind anspruchsvoller oder ungeduldiger als sonst vermeiden Sie es bewusst, Dinge zu überstürzen. Versuchen Sie, mehr über ein Problem zu erfahren, bevor Sie voreilige Schlussfolgerungen ziehen oder Maßnahmen ergreifen. Der nächste zentrale Wendepunkt des Jahres ist für Sie gekommen. Der Grund dafür ist, dass der mächtige Mars, der rote Planet des Antriebs, der Energie und der Leidenschaft, seit gestern offiziell in seine Vorschattenphase am Nachthimmel eingetreten ist und in den kommenden Wochen langsamer werden wird. Dies ist ein karmischer Zyklus und wird alle Sternzeichen betreffen. Für Sie wird er hauptsächlich durch Ihr Solarhaus der Fernreisen hin und her kreisen. Wenn Sie und Ihr Partner also in den kommenden Monaten irgendwo hinfliegen, umziehen, einwandern oder ein Visum beantragen möchten, nutzen Sie jetzt die Gelegenheit, bevor Stürme aufziehen. Der Fortschritt wird sich verzögern. Versuchen Sie es, wie Sie wollen. Ihre Bemühungen um Fortschritt werden vereitelt, sobald die Vorschattenperiode des rückläufigen Mars beginnt. Ab jetzt können Sie Ihre berufliche Laufbahn offiziell als auf Eis gelegt betrachten. Obwohl dies ärgerlich sein könnte, könnte es Ihnen die dringend benötigte Perspektive geben. Sie werden vielleicht feststellen, dass bestimmte Reisemöglichkeiten oder Bildungserfahrungen aus einem bestimmten Grund nicht stattfinden sollen. Die Stagnation wird Ihnen viel Zeit geben, um zu beurteilen, wohin Sie gehen und wo Sie auf Ihrer beruflichen Laufbahn sein sollen. Der heutige Aspekt sorgt dafür, dass Sie sich im übertragenen Sinne und möglicherweise auch im wörtlichen Sinne wie zu Hause fühlen. Das heißt nicht, dass Sie sich fantastisch fühlen oder dass alles perfekt klappt. Es stellt einfach eine besondere Energie dar, in der Ihre wahre Natur erkannt werden kann. Der Schlüssel zum Genießen dieses Transits ist Entspannung. Tun Sie die Dinge, die Sie wirklich entspannen. Dazu können Yoga, viel Ruhe und viel Wassertrinken gehören. Gönnen Sie sich die Dinge, die Sie auf körperlicher Ebene brauchen, und Ihre Emotionen werden leichter zu verstehen sein. Es ist heiß. Sie müssen heute die Ärmel hochkrempeln und vorankommen. Es wartet Arbeit auf Sie, Sie müssen Entscheidungen treffen und Ergebnisse erzielen. Heute ist kein Platz für Nachlässigkeit, Schwäche oder mangelnde Motivation. Sie sind zu vielem fähig, also zögern Sie nicht länger. Wenn Sie in Ihrem Liebesleben daran gedacht haben, jemandem näher zu kommen, wird wahrscheinlich eine echte Verbindung mit Aussicht auf eine Ehe und gemeinsames Glück entstehen. Machen Sie es! Der Mond besucht den Skordion nur, während Venus anwesend ist, und fällt mit einigen der wirkungsvollsten Tage des kurzen 25-tägigen Aufenthalts der Venus zusammen. Diese Konstellation tritt auf, da Venus eine günstige Verbindung mit Saturn im spielerischen und kreativen Sektor ihres Horoskops und eine weitere mit Mars im abenteuerlichen Bereich nur wenige Tage entfernt eingeht. Am Wochenende wird dies die spielerischen, kreativen und abenteuerlichen Aspekte des Lebens zwei Wochen lang mit Energie versorgen, bevor dieses Berufsjahr neuen Schwung gewinnt. Der Mond ist nicht nur für seinen einzigen Besuch im Skorpion zurückgekehrt, während Venus, der Planet der Liebe, hier ist, sondern auch zum perfekten Zeitpunkt. Der Mond ist rechtzeitig zurückgekehrt, um Herz und Bauch auf die gleiche Seite zu bringen, gerade als Venus in einen freundlichen Aspekt zu Saturn in ihrem romantischen Sektor eintritt. Dies verstärkt sowohl den Geist der Romantik als auch die Stimme ihres Herzens. Täglicher Planetenüberblick Lassen Sie uns einen Moment über diese magischen Raha, Momente sprechen, in denen plötzlich alles an seinen Platz zu fallen scheint, als ob die Antwort die ganze Zeit dargelegen hätte und nur darauf gewartet hätte, dass Sie sie bemerken. Waren Sie schon einmal in einem Teufelskreis des Grübelns gefangen, haben alle möglichen Aspekte abgewogen und die Lösung kam aus heiterem Himmel, wenn Sie es am wenigsten erwarteten? Diese Energie hält der heutige Tag für Sie bereit. Sie werden vielleicht feststellen, dass die Klarheit, nach der Sie gesucht haben, eintrifft, wenn Sie aufhören, so intensiv danach zu suchen. Oft kommen uns die besten Ideen und Erkenntnisse, wenn wir uns einen Moment seitnehmen, einfach zu sein. Es ist, als würden Sie versuchen, sich an etwas zu erinnern und in dem Moment, in dem Sie aufhören, es zu versuchen, schießt Ihnen die Antwort direkt in den Sinn. Denken Sie an eine Zeit zurück, in der bei Ihnen alles Klick gemacht hat, einen Moment, in dem nach langem Überlegen der Weg nach vorne plötzlich kristallklar wurde. Wie hat sich das angefühlt? War es ein Gefühl der Erleichterung, Aufregung oder sogar Überraschung? Teilen Sie Ihre Geschichte. Es ist wahrscheinlich, dass jemand anderes gerade feststeckt und Ihre Erfahrung könnte die Ermutigung sein, die er braucht. Apropos Herausforderungen, der heutige Tag könnte einige Wendungen mit sich bringen, die Flexibilität von Ihnen erfordern. Betrachten Sie diese Hindernisse jedoch nicht als Straßensperren, sondern als Teil des Prozesses, als Aufgaben, die mit Geduld und Entschlossenheit erledigt werden müssen. Haben Sie sich schon einmal mit einem Plan im Kopf auf den Weg gemacht, nur um dann festzustellen, dass Sie unterwegs Ihren Kurs anpassen mussten? Vielleicht war diese Änderung am Ende das Beste, was passieren konnte. Denken Sie daran, dass der Erfolg nicht immer geradlinig verläuft. Die Lebensreise hat oft Umwege, und das ist völlig in Ordnung. Diese Umwege können reich an Lektionen und unerwarteten Segnungen sein. Wenn Sie jemals einen Rückschlag erlitten haben, der sich später als versteckter Segen herausstellte, teilen Sie ihn mit uns. Ihre Geschichte könnte jemanden inspirieren, der heute vor einer ähnlichen Hürde steht. Manchmal verlieren wir in unserem Eifer, Dinge zu erledigen, die Freude am Prozess. Denken Sie an das letzte Mal, als Sie so darauf konzentriert waren, Dinge von Ihrer To-Do-Liste abzuhaken, dass Sie vergessen haben, den Weg dorthin zu genießen. Der heutige Tag ist eine Erinnerung daran, Ihr Tempo zu bestimmen und die kleinen Momente auf dem Weg zu genießen. Im Leben geht es nicht nur darum, das Ziel zu erreichen, sondern auch darum, in den Schritten, die Sie dorthin führen, Sinn und Zufriedenheit zu finden. Also atmen Sie durch, erlauben Sie sich, langsamer zu machen, und genießen Sie die Fahrt. Haben Sie schon einmal einen dieser Tage erlebt, an denen oberflächlich betrachtet alles in Ordnung zu sein scheint, aber darunter sich etwas einfach nicht richtig anfühlt? Es ist, als wären Ihre Emotionen nicht im Einklang mit der Welt um Sie herum. Damit sind Sie nicht allein. Wir alle erleben solche Momente, und die heutige Planetenkonstellation könnte genau diese Art von Energie hervorrufen. Es kann verwirrend sein, wenn Ihre Emotionen nicht ganz zu Ihren Umständen passen, aber denken.